Der Luftdruck fällt und vor allem im Süden gibt es in schwül heißer Luft Unwetter. Es bestehen entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes für das Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Dort besteht die Gefahr vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturm bis hin zu Orkanböen. Weiter nördlich nur einzelne Schauer oder Gewitter, die morgen Vormittag nach Osten abziehen. Im Südosten scheint längere Zeit die Sonne, später entwickeln sich verbreitet neue, teilweise unwetterartige Gewitter. Heute Nacht vielerorts um 20 Grad, am wenigsten warm in Nordfriesland und den Alpen. An der Nordsee morgen um 20, im Osten und Süden über 30 Grad. Am Samstag wechselhaft, im Osten und Süden noch Unwettergefahr. Auch am Sonntag unbeständig, teilweise ergiebige Regenfälle gibt es im Südosten, wo am Montag mit Hochwasser gerechnet werden muss. Untertitelung des ZDF, 2020